hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir ich habe post von tocareva bekommen und wir machen das mal auf sollte eigentlich gestern schon zugestellt werden aber der fahrer hat mal wieder die tour abgebrochen obwohl er nur acht zustell stops entfernt war und heute kam es aber endlich ab und zwar schmuckstück ich suche euch einmal kurz ran damit ein bisschen mehr die daten habt das ist das bild der honigjäger wir haben 47 farben 270 x 364 stiche und später wird das bild mal 49 x 67 cm und ich hole euch erstmal alles raus und dann zeige ich euch das was sohn ist zeige ich mal irgendwas im karton machen könnt ihr könnt das mit dem karton dann so machen dass ihr diese lachen herein macht das wie so eine art tasche finde ich ganz praktisch weil so ein bach verschließend ich die nehme ich immer wieder haben wir hier noch mal das was wir quasi auch auf dem karton haben hier haben wir die symbole die kenne ich schon von meinem aktuellen stückbild die symbole sind glaube ich für jede farbe entsprechend gleich also hier haben wir einmal eine anleitung auf deutsch das finde ich sehr sehr gut vor allen dingen für die leute die das halt noch nie gemacht haben sie wird das noch mal entsprechend alles erklärt auf mehreren seiten dann haben wir etiketten finde ich auch sehr gut weil die nutze ich zum beispiel bei meinem aktuellen togarewa ich mag ja das drago und dann nutze ich ein perlenbuch und habe ich mir die reingeklebt ihr müsst nur gucken die sind nicht immer überall gestanzt also zwischendurch müsst ihr euch die hier durchschneiden an den linien aber das ist kein problem das geht ja gut und hier sind zum wohl teilweise drauf die habt ihr gar nicht in eurem set oder die symbole die auch doppelt sind also wundert euch da nicht ich habe mich erst gewundert warum das so ist und hier haben wir noch mal das motiv ich finde das ja wunder wunderschön und waldtiere mag ich sehr sehr gerne neben wölfen und erdmännchen natürlich mag ich sehr gerne waldtiere wie hirsche bären eulen also die finde ich sehr sehr schön das habe ich euch beim letzten mal auch gezeigt das ist so ein flyer der ist aber auch weiß ich nicht welcher sprache doch hier steht es auch auf deutsch drauf da geht es um diesen wettbewerb den drucker immer hat jeweils eine anmeldung bis 2 21 das ist schon vorbei aber ganz cool hier sieht man mal ein paar bilder so und hier haben wir das schema wir haben 25 seiten wobei die letzten seiten alle nur relativ klein sind so und dann haben wir hier das hatte ich bisher so noch nicht dabei und es tut mir leid meine nachbarn sind schon wieder am hämmern also das habe ich auch noch nicht dabei gehabt das weiß ich nicht dass es neu vielleicht gehört noch gar nicht dazu das wird gerade immer dunkler keine ahnung was das alles ist aber auf jeden fall hier habt ihr noch mal alle fern bei mir habe ich das so gemacht ich habe die einmal durch nummeriert verloren geht denn das dauert noch ein bisschen bis ich das mache er muss jetzt mein drache weiter vorankommen ja es wird gerade super super dunkel ich stelle ich gleich mal heller mein gott jetzt sind die nachbarn auch noch hier am hämmern den ganzen tag höre ich mir das schon an gefühlt zumindest den ganzen tag hier ist der stoff den werde ich nicht raus holen weil den kriege ich dann nie wieder rein so sieht ein stoff aus bei tokarewa ist das auch so da ist immer mehr dabei das sind alles kann also doch 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 ich bin angelogen denn irgendjemand hatte nämlich letztes mal auch dieses also auch ein set bestellt und der hatte dann hat sich nicht 42 farben oder so und hatte dann keine fünfte box dabei und eine box passen halt zehn stück rein die sind halt schon entsprechend beklebt ich nutze die nicht wirklich ich habe da zwar perlen drin von meinem aktuellen stick bild aber nur eigentlich mehr damit wenn ich mal eine farbe irgendwie dies dass mir die aufgeht dass ich die wieder zuordnen kann wenn man irgendwas ist fünf stück alle entsprechend beklebt und die ist nicht komplett beklebt weil wir hat ja nur 47 und nicht 50 farben haben dann haben wir dreimal garen hier sind die nadeln drin eigentlich sind es immer zwei stück ich sehe jetzt hier gerade eine und hier ist ein so ein dingen ich habe jetzt gerade sorge dass ich mich in finger steche deswegen gucke ich da mal eben rein okay wir haben eine nadel das verwundert mich weil sonst haben wir immer zwei bei tokarewa ich hoffe nicht dass da sich einer durch getan hat weil wir haben auch zwei pinne kinder drin also hier ist definitiv keine drin hier ist auch keine mehr also zwei nadeln die eine hat sich hier versteckt und tokarewa liefert das immer in diesen teilen hier dass wir gerade nicht funktionieren will so die frage ich auch gleich woanders sind und wir haben einen einfädler dabei meistens sind die einfädler zu groß für die perl nadel wobei hier sollte es eigentlich noch klappen ja das ist quasi das zugehör damit gesticken könnte ist aber auch noch was dabei eben wieder alles rein so die nadeln sonst lasse ich separat das tue ich auch hoch jetzt habe ich die kamera umgeworfen na also die nadel will hier nicht drauf halten so und dann haben wir einen stift das ist ein luftlöslicher stift ich nutze den vorzugsweise es gibt ja auch noch die die auf wasserbasis sind die nutze ich aber eigentlich nicht ich finde die besser wenn man sich mal verzeichnet hat passiert so und jetzt gucken wir uns mal die perlen an also die sind alle freundsprechend beschriftet und die sehen so schön aus glaube dieses grün mal gucken wir das symbol hier habe ich auch in meinem aktuellen bild und die perlen sind so schön gleichmäßig ganz ganz tolle farben also ihr seht das ja hier schon ich hole euch jetzt nicht alle raus weil ich das bitte erst mal zur seite packen werde hier so nach schwarz die ist ja auch richtig toll hier viele blaue föhne interessanterweise das habe ich auch immer im aktuellen bild aber auch sehr viel dunkles schwarz ja richtig richtig schön gefällt mir richtig gut also es wird glaube ich wieder richtig tolles bild es tut mir echt leid dass die nachbarn permanent am klopfen sind aber nur gut die sind jetzt seit irgendwie gefühlt drei monaten und immer noch nicht fertig so ich mach das mal eben hier wieder rein dann zeige ich euch noch mal kurz den karton der rückseite aussieht wenn ich es dann schaffe das hier habt ihr auch noch mal die bezeichnung was dann sprechen drin ist beziehungsweise hier noch mal die kontaktdaten genau und hier steht damit die beschreibung was da drin ist garantiefrist fünf jahre das herstellungsdatum ist seiner verpackung angebracht 322 was auch immer das heißt ja auf jeden fall hier seht ihr auch immer mal das motiv hier seht ihr auch einfach was dabei ist hier sind jetzt nur vier abgebildet aber ich glaube das ist das hier so ein standard da ist immer nur das ja so ich zeige euch das bild noch mal das ist dieses hier wunder wunderschön es gefällt mir richtig richtig gut ja wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich wie immer selber einen daumen nach oben freuen lasst mir gerne feedback in den kommentaren da und wenn euch das perlensticken interessiert dann kommt gerne in meine facebook gruppe rinas perl stick welt heißt die da geht es nur ums perlensticken um nichts anderes nichts um diamond panty nicht ums kreuz stecken nur ums perlensticken als wer bock hat kommt gerne vorbei und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal tschüss ihr lieben